Ich bin der InsanioX Es gibt jetzt viele klitzekleine Bilder, die uns jeden Tag irgendwie freigeschaltet werden Und es gibt ein World Review Trailer, also eine Ankündigung und zwar zu den Basketball Playoffs am 1. Mai Und da bin ich mal gespannt, das ist in nicht allzu langer Zeit und zwar um genau zu sein, um in genau zu sein, ja fast einer Woche Das ist ja ungenau was ich da sage, einer Woche und einem Tag Und da bin ich doch mal sehr gespannt, außerdem wem es aufgefallen ist, wer den Russian FPS abonniert hat Der hat gesehen, dass der heute so ein total kryptisches Video gemacht hat mit seiner komischen Drohne, die total schlecht reingemacht war Und es gibt auf der Seite ein erstes Bild und dieses Bild lässt darauf vermuten, dass es um diese Drohne geht, die der FPS Russian da verwendet hat Das werde ich euch alles mal unten reinstellen und dann bleiben wir doch mal gespannt, was da noch so kommt Lasst das, die, die das Hypeception beginnen, ja? Bis densel! Und heute ohne Endbild, yeah, weil ich es kann Und weil ich es hochladen Und heute ohne Endbild, yeah, weil ich es sicherlich über die Frage be ставées Wie wird es auf der Seite gekommen? Untertitelung des ZDF, 2020